Schwierige Zeiten scheinen angebrochen zu sein für den Markt. Wir sehen, dass der Markt deutlich nach unten gekommen ist. Das ist noch YM, also der Dow Future, noch einigermaßen harmlos, was wir hier jetzt sehen, im Verhältnis zumindest mal zum Nasdaq beispielsweise, denn der ist ganz schön deutlich runtergekommen und hat die Märztiefs nach unten durchstoßen. Das übergeordnete Bild wollen wir jetzt in diesem Beitrag nicht angucken. Wir schauen uns mal an, wie so die letzten Stunden hier verlaufen sind. Wir sehen von gestern Abend, das ist so der Nachthandel, hier tapfer nach oben. Heute Morgen jetzt die Geschichte bzw. bis zum aktuellen Zeitpunkt. Ich muss sagen, ja, aufwärts. Ich muss sagen, definitiv sieht das nicht vorrangig impulsiv oder stark aus. Das heißt, wir haben eine realistische Chance, dass der Kurs nach unten sich weiterentwickelt, wenn er, und das wäre jetzt so mein Wunsch für den Nachmittag, wenn er jetzt hier sowas wie eine ABC-Struktur macht, damit wir auch wirklich sehen, dass das die schwache Seite ist, dann wäre das der Trigger für abwärts nochmal und damit auch nochmal für tiefere Tiefs als das, also dann die 12.800er Marke, durchaus nochmal geeignet, dass die fällt. Wie gesagt, die letzte starke Bewegung, die wir jetzt hatten von heute Nachmittag an, die war abwärts. Jetzt sind wir gerade hier so in der Gegenmaßnahme. Also wenn das jetzt so schön A, B, C nach oben geht, das wäre der Trigger für die Fortsetzung hier nach unten. Insgesamt macht es keinen so starken Eindruck, deshalb würde ich auch von der Seite aus die Abwärtsseite bevorzugen. Klar, wir müssen hier im 5-Minuten-Chart immer die Bälle ein bisschen flach halten. Das ist natürlich im Nachthandel ist die Aussage immer ein bisschen schwieriger. Trotz alledem also nicht so wirklich zu erkennen, dass der Markt Bock hat, im Moment nach oben zu gehen. Wann würde sich das Bild drehen, wenn der Markt jetzt also weiter nach oben geht oder wenn er nach oben geht, dann wären irgendwann mal Korrekturen zu erwarten. Vielleicht sogar jetzt schon, wenn ich mir das hier angucke, vielleicht aber auch erst etwas später, sprich, dass er erst noch ein bisschen weiter steigt. Das wissen wir nicht, aber wenn er dann die nächste Korrektur macht, also die nächste Pause, dann wäre das etwas für die Aufwärtsseite, denn dann hätten wir ja wieder die Aufwärtsseite als die starke, die schwache Seite hier und dann eben entsprechend die Verlängerung hier nach oben. Also gute Voraussetzung für Long, wenn es nur wackelig nach unten kommt. Also für all diejenigen, die im 5-Minuten-Chart, im 1-Minuten-Chart mal gucken. Das geht natürlich jetzt nicht nur direkt im Anschluss an das Video. Wenn ihr so einen Verlauf seht, sowas hier, dann seht ihr sowas hier, dann habt ihr eine Idee für die Long-Seite. Das ist jetzt mal ein ganz kurzes Beispiel, Minuten-Chart. Ich weiß, das Video wird wahrscheinlich zu spät sein, dass ihr das so mitbekommt, aber achtet immer drauf. Kriegt ihr irgendwo einen 5-Wäller mit Gegenbewegungen, die überlappungsfrei sind und kriegt ihr anschließend einen 3-Wäller und wenn der dann eben entsprechend getriggert wird auf der Abwärtsseite. Also dann wieder hier durchfällt, dann eben die Fortsetzung, so ähnlich wie wir das da vorne haben. Also noch ein bisschen zerrissen das Ganze mit aus meiner Sicht Tendenz für die Abwärtsseite. Erstens mal ist es immer noch im Trend. Das ist das eine. Und das zweite ist, es ist von der Bewegung, die wir hier jetzt, ich gehe mal wieder in den 5-Minuten-Chart, die wir hier gesehen haben, noch nicht so wirklich zu erkennen, dass das jetzt schon die große Bullenliebe spricht, das Kaufen sein soll. Ähnlich ist es beim S&P 500. Tenor, also eher abwärts. Ich würde aber auch hier bei der Position zur Öffnung darauf warten. Kriegen wir hier so einen Rücksetzer? Denkt immer dran, so in den mittleren Bereich hier rein. Also von da bis da. Fibonacci beispielsweise messen, wo auch immer das dann ist. Nehmt ihr ungefähr die Mitte, ein bisschen drüber, ein bisschen drunter, dann seid ihr relativ gut, falls ihr kein Fibonacci-Tool parat habt. Ansonsten messt natürlich das mit dem Fibonacci aus, dann kriegt ihr diese Linien und dann seht ihr, ja, in diese Box da müsste es idealerweise reingehen und dann seht ihr, dass der S&P ja durchaus den Platz noch hätte für die Geschichte. So, der Dow Jones, der hat sich da schon entschieden. Der hat gesagt, ja, dreiwellig hoch. Ja, aber wir sind da durch. Also gibt es ein neues Tief. Das ist ein Klassiker eben. Insofern vorläufig eben da noch nicht auf der bullischen Seite. Jetzt haben wir hier wieder ein neues Spiel, neues Glück, könnte man sagen hier. Gehen wir mal im 5-Minuten-Chart. Dann sehen wir hier für die Intraday-Freunde jetzt zumindest mal einen Schub hoch. Wie gesagt, das Spiel grundsätzlich ist hier natürlich das Gleiche und dementsprechend die Voraussetzung für die Long-Seite gut, wenn es wackelig runter hier kommt. Den DAX, den gucken wir uns auch nochmal schnell an. Da habe ich hier jetzt, das ist der DAX-Index im 15-Minuten-Chart. Der DAX-Index endet natürlich jetzt bald und der Future wird ja dann auch nur noch die Amis nachspielen. Wir haben hier so ein bisschen auch so eine Andeutung. Das ist zwar etwas anderer Rhythmus, weil das eine haben wir in 5-Minuten-Chart geguckt. Das ist jetzt hier im 15-Minuten-Chart. Also ganz andere Ausmaße hier. Aber trotz alledem, die letzte Bewegung ist eine relativ starke nach oben. Das hier ist eine relativ wackelige nach unten. Triggert er hier, dann hätten wir zumindest mal die Chance, dass das Ganze erstmal zum Halten kommt. Und ihr erinnert euch, wir sind ja eigentlich da, wo der Kurs auch ganz gerne eben wendet. Chancen haben wir. Allerdings in diesem Kleinen hatten wir gesagt, ein bisschen tiefer wäre schon noch möglich. Das beißt sich jetzt von der Idee. Ich würde also sagen, theoretisch ab sofort müssen wir mit der Long-Seite rechnen, wie gesagt, wenn der Trigger hier eben passiert. Passt das denn zusammen? DAX Long, Amerikaner Short. Naja, erstens mal, die Entscheidung ist ja noch nicht endgültig gefallen bei den Amis. Wir haben ja gesehen, was es bräuchte, um uns auf die Long-Seite dort auch zu bringen und dann sehr, sehr gerne sogar. Das wäre etwas, was ich durchaus nachvollziehen könnte. Aber wir dürfen nicht vergessen, auch hier wäre es noch mal einmal tiefer, nicht wirklich schädlich, auch noch nicht für die Long-Seite. Also wenn es noch ein bisschen tiefer ginge, wäre es ebenfalls noch okay. Die Marke, die wir hier haben, 13.400 beispielsweise, wäre immer noch völlig in Ordnung. Dann sind wir hier auch auf dieser Unterstützungsmarke und dann können wir immer noch gucken, ob der Kurs dann den Mut hat, wieder nach oben zu kommen. Vielleicht dann ja auch sogar zusammen mit den Amerikanern. Soweit der Überblick über die Indizes am Nachmittag. Ich denke mal, dass es nutzbar, wenn der Kurs eben hier diese kleinen Pattern eben noch so zeigt, wie eingezeichnet. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg und sage liebe Grüße.